In den Herrsch zu locken, emittiert man zuerst mal einen mittleren Herrsch, der meint, er wäre schon was, er ist aber noch nichts. Dadurch reize ich den Platzhirsch zu antworten. Das ist ganz einfach, man sagt Aua durch den Herrschberuf, das kommt aus der Kehle raus und jetzt antwortet der Platzhirsch, das kommt aus dem Brusthaus mit einem tieferen Ton. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle lockeren Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. 40 Jahre碑. Untertitelung des ZDF, 2020